Ein attraktives Arbeitsumfeld. Flexibilität. Mein persönliches Highlight extra attraktiv für uns als Allianzer. Einfach mal machen, hier ist wirklich für jeden was dabei. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir freuen uns sehr, dass einige unserer geschätzten Kolleginnen und Kollegen ihre Erfahrungen mit den vielfältigen Benefit-Angeboten der Allianz mit uns teilen. Das Wohl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht für uns an erster Stelle. Deshalb ist es uns wichtig, Ihnen ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten. Die Bandbreite reicht von Gesundheitsangeboten bis hin zu finanziellen Vorteilen. An all diesen Benefits haben die Betriebsräte mitgewirkt. Ein großes Dankeschön an die Kolleginnen und Kollegen, die nun ihre persönlichen Erfahrungen mit uns teilen. Was einem die Allianz hier ja ermöglicht, ist wirklich Sport auch in den Arbeitsalltag einzubauen. Und das Zauberwort ist dabei Flexibilität. Ich habe einfach alle Sportarten im Zugriff, vom Fitnessstudio, Yoga, Schwimmbad. Und ich kann auch deutschlandweit in alle Institutionen rein. Besser könnte man Sport nicht in den harten Arbeitsalltag einbauen. Und deswegen hoffe ich, dass Sie das auch nutzen und fit, fröhlich, gesund bleiben. Gesundheit ist wichtig. Und deswegen ist es gut, dass die Allianz für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Gesundheit auch so wertschätzt. Zum Beispiel, indem die Allianz für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine betriebliche Krankenversicherung anbietet. Und bezahlt dann zum Beispiel ein erweitertes Krebsfrüherkennungsprogramm. Wenn wir über Gesundheit reden, dann reden wir auch über die richtige Ernährung. Und da ist wirklich toll, was das Küchenteam der Allianz tagtäglich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Tisch zaubert. Das kommt aus der Region, ist gesund und schmeckt auch noch lecker. Also ich finde immer was. Und das Beste ist, die Allianz berechnet nur den Einkaufspreis. Wir sind beide noch gar nicht so lange bei der Allianz. Wir haben letztes Jahr hier angefangen und waren ziemlich begeistert, was es neben dem Gehalt eigentlich noch alles gibt. Das Allianz-Mitarbeiter-Aktienprogramm. Wenn du drei Euro investierst, dann legt dir die Allianz einen Euro dazu. Genau. Das ist wirklich super. Und eine Gratisaktie gibt es auch noch dazu. Und nachdem wir hier eine Versicherung sind, können wir natürlich auch Allianz-Produkte abschließen. Ja. Die vergünstigten Haustarife. Ich würde Ihnen gerne von meinen persönlichen Erfahrungen im Bereich mobiles Arbeiten im Ausland berichten. Und zwar bin ich von einer Kollegin angefixt worden, das doch auch mal auszuprobieren. Und ich habe dann letztes Jahr meine erste Erfahrung auf Mallorca sammeln dürfen und war so positiv begeistert, dass ich dieses Jahr das Angebot gleich nochmal genutzt habe und habe mich dann für ein paar Wochen auf Sardinien befunden. Und ich kann dafür werben, dieses Angebot selber mal zu nutzen. Wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Möglichkeit, 43 Stunden im Jahr uns mit Themen über Entwicklung zu beschäftigen. Unser vielfältiges Lernangebot bietet uns die Möglichkeit, unseren Wissensstand zu erhalten, neue Themen auch zu lernen. Mein persönliches Highlight war definitiv der PowerPoint-Kurs. Auch wenn ich die Grundfunktion durch meinen täglichen Job gut beherrsche, gibt es noch den einen oder anderen Trick, den ich dazu gelernt habe. Ein herzliches Dankeschön für diese spannenden Einblicke. Und das waren nur einige ausgewählte Beispiele. Nutzen Sie diese und die vielen weiteren Benefits, die Ihnen die Allianz bietet. Wir beide sind sicher, dass für jeden etwas dabei ist. Absolut. Also, sei noch Sie dabei. Alle Informationen finden Sie auf Connect im Bereich Meine Benefits.